Hallo liebe Freunde des Rechts. Immer wenn ich Videos mache zu Peter Weber, bekannt durch den YouTube-Kanal Hallo Meinung, bekomme ich Post von meinem geschätzten Kollegen Nikolaus Steinhöfel. Meistens sind es Abmahnungen. Heute war es eine Klageschrift. Manchmal sind es auch einstverlegte Verfügungen, die mich erst später erreichen, weil das Gericht sagt, nee, das brauchen wir nicht zustellen, das weisen wir einfach so ab. Und probieren wir es wieder, denn Peter Weber hat es geschafft, in der dritten Instanz nochmal zu verlieren. Das wird er nicht gerne hören, aber er kann es auch lesen, denn es ist nun mal so, denn wir haben hier die Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichts. Jetzt muss man sich erst mal fragen, was ist das überhaupt für ein Gericht, was wir da haben? Also Bayern hat ein Bayerisches Oberstes Landgericht, das anstelle von anderen Oberlandesgerichten, wie zum Beispiel Nürnberg, Bamberg, München, über die Revisionen von denjenigen Strafurteilen entscheidet, die beim Amtsgericht angefangen haben. Das ist ein bisschen kompliziert. Die meisten Verfahren, die wir aus der Presse kennen, fangen beim Landgericht an, wenn es um ordentliche kriminelle Fälle geht. Dann hat man Landgericht und danach kommt direkt der Bundesgerichtshof. Man hat also nur zwei Gerichtszüge, Instanzenzüge. Wenn man allerdings beim Amtsgericht anfängt, also mit kleineren Sachen, dann hat man das Amtsgericht, das Landgericht und ein OLG und in Bayern eben das Bayerische Obstler, Bayerisches Oberstes Landgericht. Das war mal kurz abgeschafft, wieder eingeführt worden und das ist eben spezialisiert auf Strafrecht und andere Fragestellungen. Und Peter Weber ist dort hingegangen und wie man jetzt sich denken kann, das waren also jetzt schon drei Instanzen. Gehen wir den Instanzenzug mal kurz durch. Peter Weber hatte vor einiger Zeit, im Mai 2020, so gesehen ging das relativ schnell, auf seinem YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht mit dem Titel Es ist Wahnsinn, hier wird eine Volkswirtschaft kaputt gemacht und alle schauen zu. Es ging damals um die Grünen. Und dann ist zwischendrin ein Bild von fünf Personen, ein Screenshot aus einem Facebook- oder Social-Media-Eintrag und da steht drunter und ich dachte immer, die Schockbilder auf den Kippenschachteln wären schlimm. Smiley, das sind die Grünen im Bayerischen Landtag und nein, das ist kein Scherz. Es sind allerdings nicht die Grünen im Bayerischen Landtag, nur eine Person darauf war eine Landtagsabgeordnete, nämlich Tessa Ganserer, die nicht mit dem Landtag angehört, sondern dem Bundestag in der Zwischenzeit. Und dann hat, das ist jetzt hier wunderbar aufgeführt, der Angeklagte, Peter Weber, etwas dazu gesagt. Es geht um Lachnummern und Warnhinweise, Kippenschachteln und so weiter. Und das waren also seine Äußerungen dazu. Das ist jetzt eine ganz normale kleine Beleidigung. Dafür kommt man normalerweise nicht ins Gefängnis. Das ist auch normalerweise nicht besonders teuer. Die Staatsanwaltschaft hat, nachdem Strafanzeigen und einige Strafanträge ergangen sind, einen Strafbefehl beantragt. Und dieser Strafbefehl wurde dann auch vom Amtsgericht so erlassen. Allerdings sehen wir den hier in dem Instanzenzug nicht. Da ging es nämlich noch um eine niedrigere Strafe beim Strafbefehl. Dagegen hatte Herr Weber aber Rechtsmittel eingelegt. Und so kam es dann bei der ersten Instanz zu einer mündlichen Verhandlung und zu einem Urteil zu 40 Tagessätzen zu 80 Euro. War also noch einigermaßen überschaubar. 3.200 Euro, was das gekostet hätte. Es war aber schon mal 10 Tagessätze mehr als der Strafbefehl. Denn, und das zieht sich jetzt durch diese Geschichte durch, man hätte die Sache eigentlich auf sich beruhen lassen können. Man hätte wahrscheinlich sogar auf die erste Abmahnung hin sagen können, ach, tut mir leid, war nicht so gemeint, ist mir so rausgerutscht und dann wäre die Sache wahrscheinlich gut gewesen. Aber Peter Weber sagte, nö, ich werde mich doch nicht entschuldigen oder ich werde doch nicht einsehen, dass ich Unrechtes getan habe. Man wird doch Politiker mal als Lachnummern bezeichnen dürfen. Und das war auch die Argumentation über die verschiedenen Instanzen. Es gibt dann parallel noch ein Zivilverfahren, wo wir Tessa Ganserer vertreten hatten. Ein Zivilverfahren auf Unterlassung und Erstattung von Rechtsanwaltskosten. Und auch dort hatte sein Anwalt, es waren verschiedene Anwälte, vorgetragen, dass sich Politiker viel anhören müssen. Zum Beispiel Alice Weidel muss sich sehr viel anhören lassen und die brauchen ein dickeres Fell, wenn die Politik geht. Der muss einfach damit leben, dass er auch mal beschimpft wird. Das ist nun mal so der Ton. Und da kommen dann viele historische Beispiele dazu von Unflätigkeiten aus dem politischen Kontext. Und insofern war das eine berechtigte rechtliche Frage. In welche Richtung geht die Rechtsprechung? Machen wir mit, mit der Verrohung der Sprache und der Umgangsformen sagt die Justiz, naja, also wer heutzutage Politiker wird, der muss sich das halt gefallen lassen, dass er als Lachnummer oder Warnhinweis sowie ein Krebsgeschwür auf einer Kippenstachtel verglichen wird. Und deshalb war das eine interessante Entscheidung. Und wir waren durchaus dankbar, dass verschiedene Gerichte sich damit auseinandergesetzt haben. Also danke Peter Weber, dass sie diese Rechtsfortbildung ermöglicht haben. Und Peter Weber hat es mit dieser ersten Instanz nicht beruhen lassen, sondern ist dagegen in Berufung gegangen. Zu diesem Zeitpunkt gab es das Zivilverfahren, über das ich ein Video gemacht habe. Und das war die erste Abmahnung, die mich dann erreichte, weil ich hatte damals auch über das Urteil in der ersten Instanz berichtet. 40 Tagessätze, 80 Euro. Und Herr Weber hatte sich darin gestört, dass ich nicht dazu gesagt habe, dass dieses Urteil ja noch viel besser werden könnte in der zweiten Instanz. Also gesagt hat er eigentlich, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig sei und der schließlich auch noch aufgehoben werden könnte. Wurde es aber nicht. Denn was passierte in der zweiten Instanz war Folgendes. Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat auf die Berufung des Angeklagten und der Staatsanwaltschaft das Urteil abgeändert und aus den 40 Tagessätzen 120 Tagessätze gemacht. Und das Landgericht hat auch festgestellt, also das mit den 80 Euro, dass er also nur 80 Euro pro Tag netto verdient, das glauben wir nicht, wir setzen da mal 200 Euro an und hat auf diese Weise ein wesentlich höheres Urteil ausgeurteilt. Und an der Stelle ist mir ein Fehler passiert. Ich hatte zwei Videos dazu gemacht. Ich hatte ein Video mit der korrekten Tenurierung 120 mal 200 erwähnt und später im Büro, ich dachte, ich weiß das alles schon ganz genau, hatte ich 150 Tagessätze geschrieben und gesagt, und das war falsch, es waren ja nicht 150, sondern 120 Tagessätze, die Nachricht, nämlich dass das viel, viel mehr geworden ist in der Berufung, ist im Grunde genommen das Gleiche. Aber das war dann die nächste Abmahnung vom Kollegen Steinhöfel. In der Zwischenzeit war die erste Abmahnung zu einer einstweiligen Verfügung, jedenfalls dem Antrag dazu geworden. Der Herr Weber hatte gegen mich, weil ich es nicht unterlassen würde oder keine Unterlassungserklärung abgeben würde, eine gerichtliche Verfügung beantragt. Allerdings hat das Landgericht gesagt, nee, das ist gar keine Rechtsverletzung. Man muss nicht bei jedem Urteil dazu sagen, dass man dagegen noch Rechtsmittel einlegen kann. Macht man ja auch ansonsten nicht. Das ist keine Rechtsverletzung. Daraufhin hat Herr Weber dann auch wiederum Rechtsmittel eingelegt, sodass es zum OLG ging, wieder in Nürnberg. Wir sind weiterhin in Bayern. Und das OLG hat es genauso gesehen, mir allerdings das Urteil auch zugestellt. Und ich hatte einen Tag vorher den Kollegen Steinhöfel gefragt, lieber Herr Kollege, Sie haben mich abgemahnt. Wollen Sie die Sache denn tatsächlich vor Gericht bringen, weil ich finde es interessant, es zu klären. Denn für mich gilt der Grundsatz, wenn mich jemand abmahnt, dann soll das auch geklärt werden. Entweder soll der vor Gericht gehen damit oder ich erhebe die negative Feststellungsklage. Und Herr Steinhöfel hatte daraufhin geantwortet, nein, wir klagen die Sache durch. Wir werden auch die Unterlassungsklage erheben. Wenn Sie unbedingt negative Feststellungsklage, also ich gegen WEMA erheben will, dann kann das machen. Könnte ich das ja machen. Aber es wird sowieso die Unterlassungsklage geben. Gab es allerdings nicht. Und ich habe dann die negative Feststellungsklage erhoben. Also wenn wir jetzt mal so durchzählen, wie viele Richter sich mit der Sache jetzt befassen müssen. Wir haben also den Strafrichter mit dem Strafbefehl. Dann haben wir das Urteil, das ist das gleiche Gericht. Wir haben die zweite Instanz, wir haben das Zivilverfahren. Wir haben die 112-Verfügung in Nürnberg, Landgericht, OLG, fünfteste Instanz. Und ich habe die negative Feststellungsklage dann in Würzburg erhoben. Da streiten wir allerdings noch über die Kostenverteilung. Nachdem Erledigung eingetreten war, das geht dann nach Bamberg, siebte Instanz. Und jetzt in der Zwischenzeit hat Herr Weber das Bayerische Obstler angerufen, die achte Instanz. Und heute erfahre ich, dass Herr Weber in Hamburg jetzt die Klage erhoben hat gegen mich. Und zwar wegen Abmahnkosten aus dem Ding, was hier vorne stattfindet. Und man kann sich so ein bisschen fragen, warum machen wir das denn eigentlich? Wieso mache ich, tue ich mir das an, mit Herrn Weber jedes Mal zu streiten? Und warum macht Herr Weber immer weiter? Und man könnte wahrscheinlich sagen, wahrscheinlich, weil wir beide einfach nicht nachgeben wollen. Für mich gilt das Prinzip, wenn man mich in Anspruch nimmt oder beleidigt, dann kläre ich das gerichtlich. Und zwar immer. So gut wie immer. Und das führt eben dazu, dass diese Sache weitergeht. Und Herr Weber möchte möglicherweise mich auch davon abhalten, mich ständig mit seinem Rechtsstreit hier zu beschäftigen und neue Videos zu machen, wie dieses hier zum Beispiel. Und deswegen möchte er mir vielleicht die Sache unangenehm und lästig oder teuer machen. Aber so richtig lästig und unangenehm ist das nicht, weil das sind ja durchaus interessante Rechtsfragen. Kommen wir zurück zur Sache, denn jetzt hat das Bayerische Oberstlandesgericht, meine Güte, ein sperriger Name, entschieden und hat im Grunde genommen gesagt, es ist so, wie das Landgericht Nürnberg gesagt hat. Es gibt also eben nicht diese Verrohung, diese Beleidigungen muss man sich nicht antun. Hier gab es auch nicht einmal einen sachlichen Zusammenhang, der das hätte rechtfertigen können. In dem Zivilverfahren hatte Herr Weber durch seine Anwälte immer vortragen lassen, und das war doch eine sachliche, politische Kritik, Kippenschachteln. Es ging ja schließlich in dem Video auch um, wie hieß das Ding vorher, hier wird eine Volkswirtschaft zugrunde gerichtet. Wobei, Herr Weber hat es nicht geschafft, darzulegen, was jetzt der sachliche Zusammenhang sein sollte zwischen dem Titel seines Videos und den Kippenschachteln-Abschreck-Bildern. Letzten Endes kommt es auf diesen Sachzusammenhang jetzt aber im Anbetracht der aktuellen Rechtsprechung gar nicht an, der Reihe nach. Bisher hatte die Rechtsprechung gesagt, Kritik, auch kernige Kritik, kann gerechtfertigt sein, wenn es geboten ist für die sachliche Auseinandersetzung. Und dann schaut man sich jeweils an, welchen Erkenntnisargumentationswert habe ich und welchen Beitrag zur Diskussion trage ich bei und darf ich deswegen mir ein bisschen mehr herausnehmen. Und auch bisher war die Rechtsprechung so, dort, wo es keinen Sachzusammenhang gibt, gibt es nicht viel Raum für Beleidigungen. So in diesem Fall ganz klassisch also eine Verurteilung. Das Bundesverfassungsgericht hatte jetzt aber zuletzt gesagt, dass in dem Bereich, wo wir noch nicht eine Formalbeleidigung haben, wo also die Strafbarkeit sich nicht schon allein aus der Formulierung ergibt, eine Abwägung stattfinden muss. Das ist noch nicht unbedingt in diese Rechtsprechung eingeflossen, aber wir werden in Zukunft sehen, dass die Gerichte differenzierter vorgehen müssen. Insofern haben wir einen Trend, nämlich zugunsten von einem besseren Persönlichkeits- und Ehrschutz, zugunsten also von Betroffenen, von Hasskriminalität und ich finde das gut. Jetzt könnte man sagen, wo bleibt denn da die Meinungsfreiheit, wenn ich nicht mal mehr irgendwelche Leute als Abschreckbilder oder als Hohl wie Schnittlauch bezeichnen dürfte. Das ist doch interessant und wichtig und trägt zur Debatte bei. Und da sagt die Justiz im Augenblick, nein, tut es nicht. Und ich finde das gut. Das kann man anders sehen, aber dann braucht man vielleicht andere Richter oder eben auch eine andere Verfassung. Denn wir haben nicht nur den Artikel 5 Grundgesetz, der ja seine Grenzen findet in den allgemeinen Gesetzen, sondern wir haben auch die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Dazu sagen müsste man zu diesem Urteil allerdings, dass das Bayerische Oberste festgestellt hat, dass in einem der drei verurteilten Fälle nochmal das Landgericht ran müsse, weil möglicherweise ein Strafantrag nicht korrekt gestellt worden sei. Wir haben hier also einen besonderen Fall, wir haben eine Tateinheit, wir haben drei begangene Taten durch eine einheitliche Handlung und das führt dazu, dass die Strafe ein wenig erhöht wird. Wir haben eine Handlung, das ist der eigentliche Schwerpunkt, aber drei Personen sind dadurch beleidigt worden. Wenn wir jetzt feststellen, dass nur zwei Personen, von denen die beleidigt wurden, einen Strafantrag gestellt haben, kann das zu einer Neubewertung und durchaus auch zu einer Minderung der Strafe führen. Hätte Herr Weber alle drei Personen einzeln beleidigt, dann wäre der Discount wahrscheinlich etwas höher. Dann hätte man nämlich Einzeltaten, Einzelstrafen ausurteilen müssen, die dann zu einer Gesamtstrafe zusammengeführt worden wären. Viele Personen auf dem Bild haben aber gar keinen Strafantrag gestellt und deswegen führt deren Rechtsverletzung nicht zu einem höheren Urteil. Das ist insofern schade, weil immer wieder Menschen, selbst wenn sie gefragt werden, sagen, ich will mit der Sache nichts zu tun haben, ich möchte keinen Strafantrag stellen. Und das liegt nicht so sehr daran, weil die sagen, war nicht so schlimm, tut mir nicht leid, sondern weil Leute genau das befürchten, was stattfindet, nämlich dass ein Peter Weber immer wieder dieses Verfahren auch zum Anlass nimmt, um über die Personen herzuziehen. Und Tessa Ganserer ist dabei ein häufig getroffenes Opfer. Ja, also Peter Weber lässt es sich nicht nehmen, immer wieder darüber zu berichten, was das doch für eine furchtbare Einschränkung der Meinungsfreiheit ist, wenn er nicht einmal mehr Tessa Ganserer als Abschreckbild auf einer Kippenschachtel bezeichnen darf. Da kann man durchaus mal genauer hinschauen, nachdem ja hier eine Verurteilung schon stattgefunden hat, ob wir hier nicht schon neue Strafbarkeiten haben. Aber bestimmt lässt sich Herr Weber gut anwaltlich beraten, auch hinsichtlich der neuen Linie, die es geboten oder empfehlenswert macht, vielleicht ein bisschen genauer hinzuschauen, wen man wie bezeichnet oder beleidigt. Gilt natürlich auch für mich, also ich würde nicht sagen, dass Herr Weber ein Sturkopf ist oder ein Dummkopf oder sowas ähnliches. Eine solche Bezeichnung würde ich nicht machen, tut nämlich auch nichts zur Diskussion. Was wir allerdings schon sehen, ist, dass die Handlungen jetzt hier in diesem Verfahren das Verfahren immer teurer gemacht haben. Ob das jetzt schlau ist oder nicht, das mag sich jeder selbst überlegen. In diesem Sinne wünsche ich noch eine schöne Woche und bleibt gesund.